Jo moin Leute, herzlich willkommen zum letzten Spieltag, Spieltag 34 der Regionalliga Bayern für die Saison 2023-2024 mit den Predictions. Los geht's. Heute um 17.30 Uhr, die haben schon gespielt. Spielvereinigung Kreuter Fürth gegen SV Ellertissen habe ich 2 zu 1 getippt und das ganze ging 2 zu 1 aus für Spielvereinigung Kreuter Fürth 2. Herzlichen Glückwunsch. Somit voll richtig getippt. Dann übermorgen um 18.30 Uhr zu Gutsche München schlägt FC Memming 2 zu 1 und das ganze ging 0 zu 1 aus für FC Memmingen. Herzlichen Glückwunsch. Und am Samstag um 14.00 Uhr TSV Buchbach gewinnt gegen TSV Hauptstadt 3 zu 1. Viktoria Schaffenburg unterliegt Spielvereinigung Ansbach 0 zu 9 1 zu 2. FC Eintracht Bamberg 2010 gegen FC Bayern München 2. Das ganze geht 0 zu 4 aus für den FC Bayern München 2. Herzlichen Glückwunsch. Dann Wackerburghausen gewinnt gegen FC Augsburg 2. 2 zu 1. Dann der Meister aus der Regionalliga Bayern FC FC Viktoria Kickers gegen DJK Pfilzingen. Das ganze geht 2 zu 0 aus für den Meister FC Viktoria Kickers. Herzlichen Glückwunsch. Würzburger Kickers. Die spielen das Aufstiegspiel zur dritten Liga gegen den Meister der Regionalliga Nord und der heißt Hannover 96 zu 2. Dann 1. FC Nürnberg 2 gewinnt gegen SV Schaldingeinigen 3 zu 1. Und 1. FC Schweinfurt Frankfurt schlägt Spielvereinigung Bayreuth 1 zu 0. Und abgestiegen sind entweder der Eintracht Bamberg und TSV Buchbach. Mein Beileid. Und Relegation zu der Bayern Liga spielt. Bei den Relegation Spiele SV Schaldingeinigen und FC Memmingen. So, das war es vom 34. Spieltag und letzten Spieltag der Regionalliga Bayern für die Saison 2023-24. So, wenn euch das wieder gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo. Dann nehme ich das Glöckchen, das nicht vergessen sagte wen. Dann verpasst die gar keine Benachrichtigung auf diesen Channel. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit euch die Regionalliga Bayern diese Saison zu tippen. Ich hoffe auf eine nächste Saison und bis denne. Good Kick. Servus. Tschüss. Vielen Dank.